und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge dark souls 1 prepare to die tisch und er macht es dir spaß dich mit einem fuß intim zu berühren ich meine ja bloß also sieht ja keiner meiner nur mach doch was du willst so ich denke das kann ich noch machen müsste auch reichen für den level ab oder nein aber ganz knapp nicht jetzt reicht es aber und zwar wieder schön in beweglichkeit und ohne großes tamtam aber hi bekommt man da viel leben zurück dark souls war noch gut als es noch keine plus ringe gab sondern ringe so gut waren wie sie eben waren aber wow ich hätte nicht gedacht dass es so viel ist gib mir mehr mehr lebensenergie noch ein bisschen danke die ratte natürlich noch gib mir eine lebenskraft hatte gib mir deine lebenskraft habe ich gesagt das kannst du auch brauche ich zwar nicht aber zack 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 und schwupp jo weiter geht's wir haben keine zeit hier zu verschwinden denn lag da nicht was nee das war nicht hier habe ich mich getäuscht nun denn ähm was wollte ich denn gerade machen ähm achso ja wir müssen da runter ah so leer und ein lautrack und einen eine schwere armbrust na dann machen wir es mal so wir holen uns hat dieser lautrack auf 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 So Jungs, da wartet Arbeit auf einen. Ob wir wollen oder nicht. Ne Katzin. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, damals als ich zum ersten Mal gegen den bekämpft habe, dann dachte ich mir auch, scheiße, ist das so gewollt? Jetzt schon ein Drache? Meine Mitstreiter nicht kaputt, die brauche ich noch. Oh, ich trenne den Schwanz ab. Nein. Ach, Lawtrick, den kannst du fressen. Ei, yikes. Shit. 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 Recht. Komm, greif mich an. Meine dumme Rüegepunsch. Ja, haben wir ihn. Ah, mach das mal weg hier. Ich muss was sehen. Stebt mir jetzt nicht weg, Leute. Mach schon wieder diese fiese Knöpfchen-Klückerei. Ich weiß. Ich weiß. Aua. Auf mich mit deinem komischen Kühlschwanz dazu schlagen. Das geht ja gar nicht. Tötet doch bitte Lordfrag. Nicht so leer. Du Depp. Ignorier doch mal bitte, es ist so leer. Kommt mir nicht um mich. Oh nein, er kotzt. Er kotzt. Er kotzt. Jetzt greift ihn doch an. Eure Ausrüstung ist doch egal. Ich hätte nur... Nein. Wollte schon sagen, ich hätte nur so leer gerne am Leben behalten. Aber die kann ich mir wohl abschminken, die Münze. Sonnenlichtmedaille, mein Fehler. Wer ist schuld? Du bist schuld. Du Heslund vom Herrn. Breche deinen Bruder Lordfrag. Überliebte jetzt auch noch der Falsche. Das ist schon ärgerlich. Er zieh dich, Lordfrag. Schandstadtschlüssel. Heimkehrknochen. Und das Lederset. Das robuste Lederset. Wo geht es denn nicht dahin? Achso, das ist nur so ein Zulauf. Alles klar. Ja, das war er, der Klaffdrache. Ärgerlich. Ich glaube, so oft ich es schon bisher gespielt habe, ich habe es bisher nur ein oder zweimal geschafft, dass mir so leer nicht wegstirbt. Genau kann ich es gerade gar nicht sagen, aber ich glaube, öfters ist mir es wirklich noch nicht gelungen. Hier ist er, der Weg blockiert, oder? Ja. Ne, dann passt schon, dann habe ich mich vertan. Gehen wir jetzt hier durch. Da haben wir Megarold. Oh Gott, Entschuldigung, ich meine natürlich Domhall. Domhall. Aus Senna. Gut. Ne, und Rüstung, ne, die muss ich nicht haben. Ich habe dir doch was abgekauft. Was willst du denn noch? Ich kaufe dir eine teure Plunderrüstung nicht ab. Die will ich nicht. Oh, Schandrat, Schlüssel benutzt. Jetzt sind wir hier in Schandstadt, bei den Dummen. 20 Minütelchen haben wir noch Zeit. 20 Minütelchen, die wir wohl damit verbringen werden. Also, ich meine Nerven wohl. Komm. Zeit, Dom. Zeit, Dom. Ja. Damals im Stream, weiß ich noch, da hat das wunderbar funktioniert. Seit wann habt ihr denn Hirn? Ah, glaub's aber auch. Hat geklappt? Klappt doch immer wunderbar. Hi, ich bin die Maya und ihr seid... Oh. Hi. Ich freue mich auch euch... Nein, ich freue mich ganz ehrlich nicht, euch zu sehen. Kommt der Dicke? Ja. Komm da her gestürmt. Ach komm. Sei kein Dummkopf. Boah, der merkt das nicht mal. Das hat er jetzt aber gemerkt. Willst du mich jetzt veralbern? Ach, Büte. Büte. Jetzt hat er es gemerkt. So, wir laufen hierher. Wir laufen hierher. Ja, 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 ja. Komm, mach dein Ding. Mach das... Mach mal was Dummes. Hihi. Ja. Und er macht es halt auch noch. Wie er es halt auch noch macht. Kommst du mal eben? Ja, ja, komm. Die Nummer mit dem Brüllen, die hatten wir schon. Die kennen wir schon. Das ging schnell. Ich fühle mich etwas unwohl, weil ich habe gerade eigentlich relativ viele Seelen dabei und ich würde gerne mal leveln. Das ist jetzt zwar nicht tragisch, sollten die verloren gehen, aber es wäre ärgerlich, weil mir geht es eigentlich sogar viel mehr um meine Menschlichkeit oben. Hallo. Aua. Au. Aua. Ach, das ist doch scheiße. Scheiße. Ich glaube... Das wird lustig. Das ist natürlich cool. Solange wir in der Animation sind, verlieren wir keine Lebensenergie. Praktisch. Aber dennoch ärgerlich wie Sau. Stimmt. Du warst das ja, ne? Toll, davon habe ich aber... Wow. Das war knapp. Gib mir deine Liebensessenz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schandstadt, ich sag's euch. Ist ja schlimm hier. Vor allem da wirst du nicht einfach nur ein bisschen vergiftet. Ne, 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 ne. So nicht. Du wirst vergiftet, bis dir die Ohren bluten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir hier einen Sprung wagen. Für ein Leito, Leito. Er ist tot. Dann gehen wir hier runter. Und hier hin. Und ach. Das ist doch toll. Ein Leuchtfeuer. Wie gerufen. Aufsteigen. Jetzt ist der blöde Joe da gar nicht gestorben. Das ist ja eine Frechheit, ne. Das ist eine Frechheit. Dieser Drecksack. Was bildet der sich bloß ein? Sowas Freches. Also ich glaub's ja gar nicht. Kann ja nicht sein. Nehmen wir einen Langbogen. Dann ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Standard Pfeile. Und. Nope. Nope. Ich möchte eigentlich noch mal kurz rauf, wenn ich ehrlich bin. War ja nicht irgendeine Leiter so? Ne. Runter ist auch gut. Schätze ich. Au. Der haut. Der haut. Der blöde. Es lebt er ja immer noch. Stirb. Brächt dir das Genick. Er hat's überlebt. Ich fass es nicht. Da. Runter mit dir. Au. Aua. Au. Aua. Warum? Ach man. Daar. Wo. Ich bin dran. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Wollen wir dafür gleich da wieder anzünden? Na, danke. Hat sich das jetzt wenigstens gelohnt? Oder ist hier einfach mal wieder nichts? Lockenhund, kommst denn du her? Ah, hier geht's weiter. Hi. Hallo. Erstmal. Ah, was haben wir da? Was Schönes? Hm, ja, okay, doch, naja. Ja, sagen wir mal ja. Um Himmels Willen, wo bin ich denn? Wo bin ich? Und warum ist meine Hose nass? Ah, ich hab keinen Plan, wo ich bin. Spiel, du willst aber jetzt nicht wirklich von mir, dass ich nochmal wieder zurückgehe, oder? Nochmal über die Todesbrücke des Todes. Ich mein... Ich möchte da hoch. Ist hier keine Leiter irgendwo. Ist hier eine kleine zumindest. Ich möchte es nicht. Hier irgendwo? Nein. Das kann's doch nicht sein. Da ist der Tod. Wenn man da runterfällt, da war's dann wohl. Und hier? Ist anscheinend auch nichts mehr, ne? Das ist ja blöd. Äh. Möcht dann auf? Hm. Nö, so nicht. So nicht. Du fällst dich die Brücke nicht runter, dann bekommst du auch gar nichts. Hä? Weißt was? Nö. Nö. Ganz bestimmt nicht. Frage, ich geh die Brücke nochmal rüber. Ja, da schon mal kurz vor Herzinfarkt. Haben mir hier die Nerven auf halb neun gestanden. So, irgendwo hier war doch so ein komischer Spucken der Vollpfosten, ja? Das nicht. Ich hätte es gedacht. Ich hätte es schwören können. Oh, hier haben wir eine Leiter. Das ist ja... Ja. Bin ich dir ehemals schon mal hochgegangen? Oh, guck mal. Der ist in der Vase. Haha. Ei, was ist das? Soldatenseele. Okay. Ei. Gehört dir da ein Laden hier? Ei. 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 Kreisch mich nicht so an. Aua. Au. Hör auf. Komm. Geh weg. Troll dich. mach was, aber irgendwas, aber lass mich in Ruhe. Ja. Okay, ich bin oben wieder. Das ist schön, weil wir sind da drüben vorhin runter, wisst ihr noch, und jetzt hier. Aber ich bin da noch nicht ganz so zufrieden mit. Verdammt. Oh, wieder so eine Todesbrücke. Schön. Schön für dich, Spiel. Hm. Hier war noch was, ich weiß. Darum bin ich doch extra im Weg jetzt noch mal zurück. Ja, ich muss da rüber. Ist schon klar, aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Ups. Oh, ich hab's überlebt. Nein. Heilen. Heilen. Ja, ich hab's überlebt. Oh, ich glaube, wir wissen... Nein, oder? Nein. 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 Einfach nur nein. 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 Boah. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Da ist eine Leiter, da drüben. Wie komme ich da hin? Moment. Da drüben möchte ich rüber. Ja. Ich folge jetzt einfach mal den Weg hier. Hi, Arschloch. Verpiss dich. Das ist meine Höhe hier. Da steht mein Name drauf. Da steht Maya. Ja. Da, da drüben. Da ist Loot. Da ist so viel Loot. Das will ich haben. Genau hier der Schatten-Set. Das sieht doch mal fett aus. Das war recht schlechte Werte. Aber... Das sieht echt nett aus. Oje. Kann der mich beißen? Ach, man kann hier. Ja, gut. Wenn man es weiß, ne. Ja, ja. Du mich auch. Du mich auch. Gehe von meiner Anhöhe runter. Oh, oh. Der bringt seine ganze Verwandtschaft mit. Ah, oh. Hör doch auf. Hör doch auf. Nein. Bin doch nur die kleine Maya. Aua. Au. 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 Aua. Ja, die ist doch schon tot. Jetzt fress doch nicht auch noch ihr Gesicht. Das ist jetzt ärgerlich. Immerhin ist es nicht so weit weg. Naja. Was soll's. Machen wir die Gute erstmal wieder ein bisschen hübsch. Ausüllerung umkehren. Ja, na so sieht sie doch gut aus. Das ist doch die Maya, die ich kenn. Sie ist nicht schlau, aber sie sieht verdammt gut aus. Abflug. Ich warne dich. Und ich hole mir jetzt erst meine Seelen wieder. Und dann ziehe ich hier wirklich, so schnell es geht, Leine. So, hier einmal. Für eine Seele eines Krieges. Na hoffentlich war es die wert. Äh, so. Und kann ich da? Kann ich? Ja, natürlich kann ich. Ich kann alles. Ich bin Ultramar, ja. Der eklige Mann dahin spuckt mit Sachen auf mir. Oh oh. Und er hat seinen Bruder dabei. Ach komm. Geh, geh, zieh Leine. Ei. Au. Hör auf. Das ist, das ist ja widerlich. So, dann machen wir das Ganze mal so. Oh oh, da kommen sie. Maya. So. Nimm den, du hässlicher. Schlage ich den Kopf ab. Rot. Oh, wo ist euer Gott jetzt? Ah, Schandstadt. Schandstadt. Ah, ich sehe ihn. Aua. Giftig. Ja. Habe ich gemerkt. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Sag mal. Spiel. Ja, genau. Fliegst ne Schleife, ja. Ist er jetzt endlich tot? Nein, ist er natürlich nicht. Jetzt ist er tot. Für ein lila Moosklumpen. Moosklumpen am Arsch. So, danke. Danke. Und weiter geht's. Mal ein bisschen Überblick hier verschaffen. In diesem gottverfluchten, verlassenen, ach, ach, Ort. Kommt hier? Ja, natürlich kommt hier einer. Piss dich. Weg hier. Ihr seid ja ekelhaft, seid ja ihr. So, und deswegen hatte ich mir Giftpfeile gekauft. Für das Ding da. Und jetzt ist es vergiftet. Der Rest müsste sie jetzt von ganz alleine, glaube ich, erledigen. Ich kann ein bisschen nachhelfen. Mit Holzpfeilen. Müssen wir es tun, oder? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay, ich bin blank. Hi. Hi. Sie verlaufen. Habe ich dann der Freundin gerade Pfeile in den Arsch geschossen, oder was soll das? Oh. Äh, ich glaube, ich glaube, ich müsste eine Etage höher, oder? Nee. Oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin hier schon irgendwie richtig. Ja, 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 wird schon passen. Flap. Bist du jetzt bald mal tot? Ja, hier war es definitiv nicht. Ah, da unten war das. Ja, dann müssen wir erst noch ein bisschen weiter runter. Oder? Äh, äh. Aber ehe wir das tun. Ehe wir das tun. Soll ich mir einen... Ah, hallo. Einen Safe Place. Majas kleinen Happy Place, wenn man so will. Das klingt putzig. Das Ding da drüben ist jetzt endlich fast gar tot. Komm, stirb. Ja. 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 Ha, 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 ha. Gut, aber jetzt würde ich sagen, beenden wir die Folge vor heute. Die ist lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn dann und tschau sen. Ja, die Schuhe sind nicht mehr.